Schlaf gut. Schlaf, Hasi. Also ich schlaf jetzt. Ist so gut. Der Niko, der Böse, der macht dir nix mehr. Fittig, Hase! Als Geburtstag sind wir... Ja, die Nasen... Steck mir das immer ins Ohr, aber... Oder als Septum, meinst du, das geht so? Nein, als Septum geht das nicht, nein. Meinst du nicht? Haben die das nicht im Verkauf gesagt? Nein, das ist falsch. So darf man das nicht benutzen. Das war Papier mit einem roten Stift drauf. Das darf man nicht als Septum machen. Das ist schade, was wenn ich das... Nein, das ist... Da haftest du dann für dein Kind. So krass ist das? Ja, ja. Gibt es nicht eine extra rote Stift, Septumversicherung? Nein, nein, Septum gibt es nicht. I like to play with code. I mean shit, I'm an Englishman. This is so awesome. Jaaa... Jaaa... Hast du gemacht? Jaaa... Ey, ich hab's so auf den Boden gekackt. Jaaa... Judas! Du Heide! So arschig. Judas! Oh, Alter! Ich hab so Geburtstag! Wisst ihr, was du immer gebohrt? Bleh-hü-ha-ble-bitches-sucker! Kannst du noch ein bisschen nach da gehen? So gerade. Hier? Ja! Da ist richtig! Ein Skispringer? Du bist ein Skispringer? Ein Skispringer, man! Ach so! Du strickst deinen Arsch so nach hinten! So eine Einladung, guck mal hier! Guck mal her. Kommst du kosten. Aus Arme nach oben! Nimm mich an den Arm mit. Mach mir den Skispringer. So die Stellung. Mach mir den Skispringer. Voll gut Mann, voll gut. Lass mal patentieren. Der Skispringer. Kann man Superbuch schreiben, dann kommt der auf die erste Seite. Der Skispringer. Dann gibt es noch die Landung. Die ist dann ganz hart. So? So steif? Skispringer-Landung. Variation. Der Flug gibt es ja noch. Nein, der Flug. So gerade nach vorne. Okay. Kann man Superbuch nur für Skispringer. Nein, egal. Gib mir Geschenke. Gib mir Geschenke. Aha, machst du wieder die Cobra? Pssst. Das ist die Cobra aus YMCA. Achso. Cobra. Du musst es aber so machen. Du musst so. Es ist alles still. Keiner weiß, was du machst. Und dann machst du mal. Pssst. Du musst aber auch noch spucken dabei. Pssst. Alter, das ist wie Scheiße fressen für Geld. Nur diesmal mit echter Scheiße. Ist voll geil. Mir gefällt das. Fehlt noch der Mais so zwischen. Ja, genau. So kleine Körnchen. So Brotskörner. Und unverdauerte Tomatenschalen. Hm. Ja. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Wie? Ich weiß auch nicht. Du bist nicht im Bild. Scheiße, ne? Okay, warte. Jetzt bin ich raus. Die meisten wissen ohne Fertig. Judas. Heide. Ich hab auch einer heißt Judas Heide. Boah, Alter. Boah, der würde so gemobbt werden. Aber nur von so intelligenten Leuten. Weil die ganzen Vollidioten nicht wissen, woher das kommt. Judas. Heide. Judas. So. Am Ende des Schulhofs. Judas. Heide. Spieß ihn da auf.